Es wurde auch von Seiten des Vorstands mehrmals gesagt, dass man die aktiven Fans gar nicht braucht. Der Verein braucht euch nicht, war so ein Post unseres Vorstandsvorsitzenden. Wir haben nach der Jahreshauptversammlung dann eine Anzeige in der Fußballwoche aufgegeben, wo wir sozusagen unsere Sangesdienste angeboten haben und da hat es jetzt einen großen Rücklauf gegeben von sehr vielen. Also es ist schon komisch, es ist auch schwierig, vor allem bei den Gesängen, weil man dann doch immer wieder ein bisschen durcheinander kommt. Das bisherige Highlight war für mich die Fahrt nach Wiesbaden, Brambach. Die Leute kommen ja dann auch auf einem zu und fragen allen, wie es dazu kam und so und das hat sehr positive Resonanz eigentlich gehabt. Die freuen sich natürlich auch. Wir waren auch bei Tennis Borussia beim Tischtennisverein, haben da supportet. Ja, es war mal ganz verrückt, so eine ganz andere Sportart zu sehen, wo man eigentlich ganz leise sein sollte. Wir fahren noch zu Arminia Hannover, nach Halle fahren wir noch, können sich gerne noch Vereine bei uns bewerben. Wir singen überall für Bier. Fabian. God Save TV! Wir sehen uns beim nächsten Mal.